wenn ich mit verpackung essen mr gierig nicht kalorienarmes lecker ja hund und katze freuen sich gar nicht ich versuche noch mal was auszudrücken da kann ich zu spät zu spät das war lecker schnuggi naja trotzdem genug abgekriegt die schnauz schlägert noch ein schnuggi ja hier muss man leider alles teilen du klaus ja auch schon mal was von dem dies nicht ja 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 war nicht schlimm nicht